Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Ringo 111 Masterplan. Die 111er sind eine Rapgruppe aus Hamburg. Die Clique ist seit mehreren Jahren aktiv und bringt jetzt das erste richtige Release. Masterplan beinhaltet 16 Tracks. Features kommen unter anderem von Safia, Taimo und Maxwell. Das Album kommt über 111er Records und erscheint als Box. Silla Instinct 2. Vor mehr als 8 Jahren, im März 2011, erschien Silla Instinct. Es war das erste Album unter seinem damals neuen Künstlernamen Silla. Die Rechteinhaber der Filmfigur Godzilla hatten dem Rapper im April 2010 gedroht, gegen seinen damaligen Künstlernamen rechtliche Schritte einzuleiten. Seit knapp einem Jahrzehnt ist der Rapper nun mittlerweile mit dem neuen Namen tätig. Jetzt kommt der Berliner mit seinem 11. Soloalbum. Silla Instinct 2 kommt mit 16 Tracks und beinhaltet Features von Massaker, Orgy, Shadow 030 und Merzat Maharashi. Das Album kommt über Major Moves und erscheint als Box. Shireen David, Super Size Shireen David war in der Vergangenheit vor allem als YouTuberin und Influencerin bekannt. Seit einigen Monaten tritt sie aber vor allem als Rapperin in Erscheinung. Im Januar diesen Jahres erschien mit Orbit die erste Single-Auskopplung. Jetzt ist es an der Zeit für ihr Debütalbum. Super Size zählt 12 Tracks, wobei bis jetzt erst die Hälfte der Tracks bekannt gegeben wurde. Das Album kommt über Juicy Money Records und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.